Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um die Zykloalkane. Der Film ist wie folgt gegliedert. Erstens Struktur. Zweitens Konfirmation des Zyklohexans. Drittens Zyklohexanderivate. Erstens Struktur. Über Alkane haben wir im letzten Video gesprochen. Während Alkane molekular als Ketten auch verzweigt auftreten, so bilden Zykloalkane durchweg Ringe. Das einfachste Zykloalkan besteht aus drei Kohlenstoffatomen, die einen Ring bilden. An jedem Kohlenstoffatom sind zwei Wasserstoffatome gebunden. Drei Kohlenstoffatome, das bedeutet, es ist Zyklopropan. Man kann das Zyklopropanmolekül auch so darstellen. Damit wird die Ausrichtung der CH-Bindungen besser visualisiert. Die dritte und einfachste Möglichkeit ist einfach, ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen. Entsprechend sieht die Strukturformel des Zyklobutanmoleküls so aus. In Skelettschreibweise muss man nur ein einfaches Quadrat zeichnen. Und das ist das Zykloalkan, das einen Ring aus fünf Kohlenstoffatomen bildet. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com – gute Bildung zu Hause!